Was ist Pierre Haubensack? Die eben nicht immer nur quadratisch sein oder rechteckig sein muss. Hard Edge hat alle Formen ausprobiert. Frank Stella, zu dem wir vielleicht später noch kommen werden, hat auch im Hard Edge gearbeitet. Also es ist eine abstrakte Malereiform, die sich mit den Grundlagen der Malerei beschäftigt. Und Haubensack ist vor etwas mehr als einem Jahr zu mir gekommen. Damals haben wir schon über Art in der City nachgedacht, aber das war noch nicht spruchreif. Und er hat gesagt, hör mal zu Christoph, ich habe hier in der Zeitung gelesen, es gibt da an der Turbinenstrasse 1214 diese sogenannten richtigen Nagelhäuser. Diese beiden Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, die mal abgerissen werden sollen, weil da eine Strasse gebaut werden muss. Aber die Besitzer wehren sich dagegen. Und mir gefällt das. Und da ist ja eine Brandmauer jetzt entstanden. Und auf diese Brandmauer möchte ich ein großes Bild anbringen. Wir haben dann das lange diskutiert. Und in der Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum der AGQ und haben dann uns dafür entschieden, das Projekt zu unterstützen. Und haben in einer kürzesten Zeit, weil da stand schon ein Baugerüst, haben dieses Bild dann zusammen mit Haubensack anbringen lassen. Und das war sozusagen das erste Kunstwerk für Art in der City, was eben auch ein wirklich tolles Symbol ist für diese Transformation, die in Zürich West jetzt passiert. Es werden Liebe und liebgewonnene Gebäude und Situationen verändert. Dafür steht eben dieses Nagelhaus in Anführungsschlusszeichen. Es kommt eine neue Stadt. Die ist nicht immer nur gut, das darf man auch sagen. Sie ist auch vielleicht ein bisschen spekulativ. Die Mieten gehen hoch. Es gibt Leute, die verlieren ihre Ateliers, ihre Wohnungen. Aber auf der anderen Seite entstehen auch neue Räume und neue Chancen. Und es entsteht eine neue Stadt. Und davon, glaube ich, berichtet auch dieses tolle Bild von Pierre Haubensack. Und dann, glaube ich, das ist eine neue Stadt.